das ist egal ich habe schon eine Morin, dass wir besser wollen werden Ach was? das geht erst mal so richtig ab Defense Darf ich wirklich spielen oder will jemand anders haben? Kannst du machen wie du willst Ich kann auch einander spielen Ich will ihn eh nicht Den kannst du denn nicht spielen Ich kann auch einen Doktor machen wenn ich einen Doktor möchte Das Doktor ist schon gepickt Ja, den habe ich gerade gepickt Voll motiviert heute Soll ich den Rook freimachen oder nicht? Nee, gönn dir, gönn dir Rook, nicht Rook, das ist hier die Frage Ich spiele immer Rook, Mann Roaming Rook Ich mache den Roaming Rook, Alter, genau Ich probier's mal mit mir Wir spielen auf CNA, das heißt macht ihr zu, das ist gut Er kann g ponto abacken haben bei dir Jo, Twitch noch Twitch Twitch ist auf jeden Fall confirmed Twitch ist auf jeden Fall confirmed Ey Leute, Armour plate hier. Hat noch jemand eins zum Verstärken? Ja. Da hinten. Machen wir doch. Da hinten. Blackpid, der Bromsträger. Der im Norden, sorry. Twitch-Drohne kommt rein. Scheiße, Twitch-Drohne hat das Ding kaputt gemacht. Ah, scheiße. Twitch-Drohne ist weg. Twitch-Drohne ist im Westen drin. Ah, durch das offene Fenster, ne? Ja, gleich noch einen. Ja, schön. Also Twitch ist... Not. Das kann ich dir nicht sagen. Twitch-Drohne auch. Ich häng wieder in der völlig falschen Seite rum, ne? Hm. Und Geat Osten ist aufgegangen. Debbie, ich sag dir, wenn durch den Haupteingang jemand kommt. Ja, ist klar. Oder wenn ich zumindest, was ich sehe so, aber... Oben kann das sein. Geat Osten, glaub ich, ist aufgegangen. Ja, also oben irgendwo. Sebi, bist du geschützt zum Haupteingang, ja, ne? Ja, ja. Wo? Ähm, Eisenbahn. Okay. War das der Eisenbahn? Jetzt wird er aber nicht killgeil, ne? Wären sie aber. Ja. Wären sie aber. Wären sie aber! Wären sie aber! Nee, es ist IQ. IQ Eisenbahntreppe. Ach fuck, Alter, der hat jetzt überlebt. IQ kommt Eisenbahntreppe. Ich hab die Treppe in Sicht. Warte mal. Guck ich auf die richtige Treppe? Hier? Ja. Ja. Okay, dann sollten wir da nicht beide hingucken. Ihr habt die Treppen, ne? Links und rechts. Also ich gucke auf die Treppe, okay. Ich gucke auf die Treppe. Sehr gut. Skip ihm! Das finde ich, soll dies gelacken, kommt Eisenbahntreppe. Das ist euch. Das ist gut zu kalt. Sehr nice. Mit Roaming, wo du auf der falschen Seite der Karte zu roamen, werdet es? Ja. Verdammt, mein Nicknacks in Leer. Dann geh ich lieber sterben, für irgendwas dumm, sogar zu öde. Ich sag's euch, ich und mein Team, Alter, wenn mein Team fast f*** ich, dann läuft's, Jungs, dann sag ich's euch. Du brauchst doch nur meine Anwesenheit, weil ich muss... Ja, ja, ich brauch einfach nur, ich brauch nur die Anwesenheit. Die Ubergine muss bloß da sein, dann... Ja, weil sonst ist einfach keiner da, der mich judgt, Alter. Ich hab nichts mitgekriegt, was du gemacht hast, ich hab mir leider die ganze Zeit gelebt, Mann. Und das ist das Köpfe? Oder das Eisenbahn? Das Eisenbahn. Das Eisenbahn. Das Eisenbahn. Ah, verdammt. Ah, den ganzen Tag, meine Altenbahn. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich rein will. Ah, wird er gejammt. Will ich hier rein, oder will ich oben rein? Warte, ich versuch den Jammer wegzumachen. Ich glaub, ich geh von unten rein. Ich geh immer. Shit. Buck, du musst nach oben. Übers Ort. Ah, ja, stimmt, ja, nach oben, deswegen hab ich das eigentlich auch genommen. Wollte ich grad sagen, schön über Subjective, Decke aufreißen. Ja. Das ist ja wieder, das haben wir auch wieder. Das ist mein Name aufgefasst. Ja, ich hab doch extra... Aufpassen! ...exter ESL geguckt, Mensch. Ne, war ich da. Hier ist zu. Ich geh mit Daniel mit. Wo denn? Kommt einer mit mir, um mich zu coveren? Ich versuch's, ja. Ich versuch's. Komm, warte, ich komm mit. Okay. Aber, von coveren, weiß ich nicht. Ich kann mal mit der Drohne fahren vorher, wenn du willst. Ja, ich war schon drin mit der Drohne. In der oben der Drohne ist glaub ich keiner, oder? Ist da jemand im Raum? Ne. Hey. Irgendwo. Da war's schon. Hallo. Toll. Von wo? Alter, Bandit war oben. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Äh. Jo. Ab ihn. Was denn? Alter, ich dachte du wärst mit reingekommen. Ja. Ne, ich war noch nicht drinnen. Ich war aufm Weg. Ne, es ist ein Ivy. Ach so. F***. Ne, noch jemand, oder nur... Also sonst hab ich keinen gesehen. Ich glaub rechts von mir ist einer. Konrad? Ich bin noch nicht. Guck mal durch die Löcher, die ich gemacht hab, vielleicht kannst du was machen. Das war ein f***ing Headshot dieses... Ach man ey. Warte von links. Von hinten kommt noch ein Recruit, der hat so 2% Leben. Einmal anpusten bitte. Konrad geht an dich, ja? Warte mal, ich kann, ich bin da drunendrin. Also ich hab den Eingang, wo du drauf piekst, Konrad, hab ich einen Blick, falls da einer kommt. Sehr gut, dann gibt es der erste Moment, oder? Mach doch schön. Ich lass dich kurz machen. Sehr gut. Geil. Ich will mich auf die andere Seite lehnen, wenn du dann nach links guckst. Ich glaub da ist keiner. Ne, ich glaub wir sind bald passiert. Obkern und... ...smoke waren objective. So, hier ist mal schon ein Bot sich lehnen durch. Geil. Boah, geil. Lass dich merken. Genau, machen wir da auf, genau. Auf die Treppe runter, genau. Auf die Treppe runter, genau. Boah, geil. Auf die Treppe runter, genau. Ich glaub ich, ich hab die... Ich hab' immermal mal links. Da saß links, oder? Nee. Warte, natürlich da, Mimi. Ah, ok. Das ist natürlich, ja. Schade. Na ja, aber hätte ich sowieso nicht gewonnen, ganz ehrlich. Aber warum würde ich nicht? Egal, komm. Weiter geht's. das kann liegen da kann so fallen aufstellen wo okay das ist das spielte ihn jemand von uns regelmäßig ja der ist doch ganz gut derzeit oder der lesion ich finde er persönlich ist die kraftrufen beiden aber kann man das machen Oh shit, ich habe noch keine Mera-Wende genommen. Ich glaube, ich habe vergessen. Ja, ist schon relativ leer hier noch. Ich komme aus dem Blüten. Drei auf dem Vorder. Zieh mir bitte aus. Wenn jemand gerade am Fenster ist, kommt der Fuchs wahrscheinlich gerade. Fuchs, rechts das Fenster. Habt ihr das Fenster? Das rechte nicht, ich gucke halt auf das linke. Ja, das linke meine ich ja. Das wäre echt cool, wenn da einer reinguckt, dass er den killt, weil der hat mich hier leicht geblickt. Das Fenster hier habt ihr, ne? Ne, das ist relativ offen. Hinter euch gehts auf. Hedge ist offen. Das Fenster links, also ich habe das Fenster, das Fenster habe ich. Das links daneben kann ich von dir auch nicht sehen. Ich habe das. Aber ich habe halt auch nur das. Aber ich habe halt auch nur das. Ach fuck, das quert mich überhaupt nicht. Mir auch nicht. Ich bin in der richtigen Scheiß-Prosi. Ähm, Fenster links kommt, ähm, äh. Das Ding. Geht nach ganz oben. Ah, das Hedge ist oben, offen. Oh oh. Ich habe eine Granate. Er wusste, dass ich da bin. Schein ist über das Hedge von oben gekommen und, äh, da es waren mindestens zwei noch. Also, kamen eher von oben. Ah, habe ich nicht gesehen. Oh man. Was ist denn heute los? Hedge kommt zwei. Ja, Treppenhaus. Fuse. Ja, Fuse am Ping. Gönn dir. Hedge kommt jetzt rein. Hälter. Ja. Ah, das haben sie gut ausgespielt. Das Problem ist, hinter mir ist irgendwas hochgegangen gerade. Ich werde auch von hinten geboren. Ich wusste da weg. Scheißegal. Ja. Egal. 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 Ja, man hört's. You need to locate the biohazard container. Nicht so geil, dass ich jetzt schon herunter öffne, obwohl es noch viel zu heiß ist, man. Ja. Hier. Wingroom und so. Ey, ich war mit der Kamera voll drauf. Ey, das ist doch. Hier, dieser Weihnachtsraumraum. Okay. Kapkan hat Eisenbahn vor Kapkan, falls das irgendjemand interessiert. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, ja. Wo, in welchem Raum sind die, Dicke? Da links bei Eisenbahnraum. Das ist ein Scheißmannraum bei Weihnachtsbaum. In die Flügel-Rum-Richtung. Ach, die waren direkt vor mir, Alter. Das habe ich schon vorhin nicht gerafft. Dicke. Der hat uns halt jetzt fast genutzt, ne? Ach, nee, jetzt haben wir schon ein bisschen Tegeln. Ja, darauf habe ich gar keinen Bock, Alter. Jo, ich. Ich gehe über Eisenbahn rein. Den kann ich gar nicht auf keinen Fall. Ja. Christy, hängt dich wieder als Fenster, habe ich gehört. Stimmt. Genau so will ich das hin, Christy. Machst du gut. Kannst du den Jammer sehen, der hier noch irgendwo sein muss? So. Ja. Jo, ich danke dir. Jetzt kann ich mal gucken, ob hinten irgendwo er noch umgeht. Und die, die ist bei mir, Altenbahn? Neh, guerre. Ich habe keine Werte. Jawohl! Auf die Blot-Baste! Ich habe keine Werte! Ich sehe keine Werte. Ich habe keinen. Ich sehe keinen. Könnt du mich hier kurz decken? Dann fahre ich nochmal rein. Ja. Eisenbahnwagen ist Recruit. im objektiv ist ich gehe jetzt objektiv da ist keiner drin doch da ist einer drin der recruit ist down ja alles in meinem wagen aber da könnte ein paar lead noch sein der ist gerade meine richtung gekommen leider ja der bennett ist im objektiv gehst du über rechts Fuse ich habe keine drohne mehr warte ich habe eine ich drohne rechts 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 auf den ping auf den ping rechts sehr geil das war richtig gut gemacht von zwei seiten du hättest doch einfach die wahnsinnigen Typen aufreißen können mit Buck ganz ehrlich ja das habe ich nicht gesehen egal ja ist gut er ist gestorben wir haben die runde gemacht richtig ich habe geile Suppe gegessen währenddessen also sind wir alle glücklich jetzt noch gewinnen das wäre doch mal schön Conor geile kd ausnahmsweise alter ich habe halt so glück gehabt mit cavera dicker die war einfach zu gierig ich hatte gerade richtig glück mit smoke ich bin mit der drohne reingefahren und stand links hinter dem schild ich habe sie einfach nicht gesehen mit der drohne für mich bin drengelaufen 180 grad drehung ich würde sagen Eisenbahnwagen ja ja entschuldigung äh ich gehe wieder oben rein ich nicht den scheiß gebe ich mir nicht noch mal immer übernimm mal Conor mit oder so Conor verspielst du was du spielst Twitch oder ja Chrissy möchte ich am Fenster haben Buck will ich oben haben ähm ich überleg gerade ob das Sinn machte ich glaube das machte Sinn wenn du mit mit wem mit wem mit Sebi ok ich folge Sebi Passa Passa Sebi du sagst an Spawnkits an Wieso haben sie das Edition zu versteckt alter was sind das für Komiker hee um dir zu sagen dass sie nicht mach das mega macht auch 10 Volt Spawnpiken oder keine Ahnung soll ich Drohne fahren äh ja da ist auch schon einer da direkt bei dem Klavier in dem Raum warte da pimmelt schon einer rum ja ich habe meine Drohne auf dem Klavier stehen deswegen ich sehe es glaube ich hinter dir zurück da wo das Klavier steht um die Weihnachtsbäume in dem Raum gehts geradeaus links links ja da ist er beim Weihnachtsbäume ja ey ich könnte ihn ja versuchen zu baiten oder bei den Sofas ist er jetzt bei den Sofas ey du könntest mal versuchen rein zu gehen der ist jetzt gerade gut abgelenkt gerade hinten gerade hinten gerade hinten bei den Sofas wieder alter sehr schöne Sache sehr gut da ist einer im Reading Room da ist einer im Reading Room da ist einer im Reading Room das haben wir sehr schön gemacht Servi ja ich geh doch zu euch man sichere mal die Tür hier zu dir links ab zum Glück also zu den Treppen ja hier ist einer im Foyer ach komm das war auf den Kopf man ach hast du ihn? sehr gut nein hab ich ihn? ne ich hab ihn nicht ach so also nur ihn steuern jetzt hab ich ihn wo ist denn die Sau ey ich bin nicht oh warte ja von unten scheiße Valkyrie Valkyrie auf den Ping die stellen dich auf geh auf den Ping geh auf den Ping der rechte Ping einfach drauf schießen ah du bist alleine fuck oh das war so unnötig was hä? ah die hat Recruit immer aufsteigen können die kommt nicht hoch die kommt nicht hoch Recruit ist tot ja was bedeutet das? ja nur noch Valkyrie und die sind im objective genau die wird nicht kommen schätze ich ne nicht wenn die halbwegs voll verstanden ist das ist unsere ne? ist das Fenster offen? ist das Fenster offen? ja ist es links von dir ist ein Mörderhole aber ich glaube da dürfte es nicht sein bauen wir eine Sprengladung hier an die Wand ich glaube das ist jetzt sagt mir mal was ich machen soll Leute ich bin voll gehen wir wieder zurück ins Treppenhaus 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 gehen wir wieder rein du hast Sprengladung dabei oder? hau mal hier rechts eine Sprengladung an die Wand so ein bisschen weiter nach links bisschen oder nee stimmt nicht weiter nach rechts weiter nach rechts weiter nach rechts du möchtest dass die Links in der Tür stehen wenn du vom Fenster kommst nein nein du sollst da nicht durchgehen du hast vom Fenster ach egal ich denke das die ne die sind im objective ja hinten rechts fast rechts hä? was? krasser Engel nicht schlecht ja ok alter ja den Engel muss er auch erstmal machen ey krass ja war doch ganz ja war ein bisschen strukturer war halt blöd ich hätte Recruit eigentlich machen müssen ja gut der ist dann nachgestorben aber das ich hätte Valkyrie machen müssen ich hab die gerade verkackt ja ist egal neue Runde neues Glück jo irgendwer muss drücken Waiting for Squad Leader sehr schön ja wie Chrissy hier ja hast du rein? ja das war wieder eine neue Folge Rainbow Six wieder auf die Zuschauer bis zum nächsten Mal und leider kurz was überdrehen ciao tier es rappelt im Karton es rappelt im Karton es rappelt im Karton Bis zum nächsten Mal.